Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Heroes. Wir nähern uns so langsam dem Ende dieses Let's Plays und ja, willkommen in der Hölle. Ich bin gespannt was uns hier erwartet, wenn das so abläuft wie bei den anderen wird es wieder drei Sachen geben, die wir nach und nach abschießen müssen und im dritten kommt dann der Boss. Wow. Okay. Okay. Oh, Waffendämon. Da hat er mich eiskalt erwischt. Cool, das ist ein Wachposten. Okay. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal weiter. wir haben ja unseren dämon hier platziert super da ist schon wieder ein waffendämon angekommen so komm wirf noch eine medaille ab geiler stuff mein erster waffendämon ist schon ziemlich angeschlagen ich muss jetzt da hinten erst mal in schlundwerter entsorgen gut den schlundwerter wäre ich dann schon mal los heilige nasche und silber barren und heilige nasche gut dann gehen wir mal weiter ja ich muss weiter ich muss die anderen schlundwerter jetzt weg machen so der wäre raus ok, ich muss runter meine Truppen da unten kriegen sonst ein paar Problemchen ich gebe denen mal noch ein bisschen Verstärkung oh, hier liegen Sachen so Oh. Steering Slash! Burn! Inferno Slash! Inferno Slash! Burn! Inferno Slash! Inferno Slash! Das sind hier doch ziemlich viele, aber dafür, dass das wohl das letzte Kapitel ist, ist das irgendwie nicht so schwer wie ich dachte. Das war's. Inferno Slash! Burn! Inferno Slash! Burn! Inferno Slash! Inferno Slash! Inferno Slash! So, weg mit euch allen! okay lag noch eine heilige nasse rum das war es mit dieser quest dann sehen wir uns gleich zur nächsten quest ja da gebe ich dir recht wenn er so früh schon so viele monster auf uns setzt dann kann er noch einiges nachkommen und es gibt keine level ab ein paar heiligen aschen bekommen und hier ist nichts neues irgendwie im angebot also machen wir weiter mit dem zweiten spießrutenlauf woher Boah Alter hat das viel, äh viel viel Leben Also Haben wir knallhart mit vier Leuten auf das Vieh eingeschlagen Gut Äh, ach da gehts weiter, ok Irgendwas ist hier doch faul Oh Okay, verzauberter Stein zweimal bekommen Und ich habe gerade glaube ich ein Level Up gemacht, wenn ich das richtig mitbekommen habe Die kämpfen unfair Die schmeißen mich da einfach runter, ey Das war aber nicht die feine Art Es sieht stars Now's our chance Inferno Slash Come Inferno Slash Icrasil Blood kann ich direkt mitnehmen Oh, er hat mich fast schon wieder runtergeschmissen, ne Ja, ne, ist klar Ja, ne, ist klar So, dann kann ich jetzt so weiter gehen Und das sollte ich auch ganz dringend Kommt mal her, Leute Oh 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 Inferno Slash Inferno Slash Inferno Slash Inferno Slash Hey Was ist das hier, ein Boss-Marathon oder was? Gut, der wäre damit auch raus Und der lässt mir noch nicht mal was da Was für ein kleiner Arsch Modell G.O Modell G.O Uh Oh No foe kann second-guess my superlative strategies Vorher Out Inferno Slash W mais All right Reign of pain ja der ist jetzt gar keine herausforderung gewesen da fand ich die maschine die kurz davor dran war schlimmer ja das war es dann auch schon mit dieser quest also bisher ist diese wunde der welt irgendwie ziemlich enttäuschend ok leute das war es dann mit diesem part von dragonpress heroes wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin verabschiede ich mich und was wir bekommen